Wichtig ist, schafft es diese Landesregierung, die in allen Bereichen versagt hat, ob es die Raumordnung ist, ob es die Löhne sind, ob es Bär und Wolf ist, ob es das leistbare Wohnen ist, ob es die Pflege und das Gesundheitswesen ist, überall klappt es nicht, ob die Leute wirklich dieser Landesregierung noch einmal das Vertrauen aussprechen. Um das geht es am Ende. Und ob diese Volkspartei damit durchkommt und wieder alleine sozusagen nur mit einem italienischen Partner regieren kann. Viele politische Beobachter gehen davon aus, dass es eine zweite deutschsprachige Partei braucht. Und da kommen ja Sie ins Spiel. Spreche ich jetzt mit einem künftigen Landesrat? Das weiß ich nicht. Das liegt natürlich an den Ergebnissen der Wahlen und vor allem nach den Bedingungen, die es danach gibt. Denn eines muss man sagen, ich glaube, das Video krankt ja ein bisschen daran, dass wir seit 75 Jahren eine Partei haben, die das gute und schlechte Wetter in diesem Land macht. Und das wirkt sich natürlich aus. Das wirkt sich auf unsere Positionsparteien aus, die noch nie in der Lage waren oder in der Position sich befanden, auch selbst regieren zu müssen, unter Anführungszeichen. Und auch Verantwortung zu übernehmen. Und auf der anderen Seite hat es ja auch was mit den Medien zu tun und mit den Verbänden zu tun. Irgendwo, ich sage immer, das ist wie ein Mehltau, das sich ein bisschen aufs ganze Land drübergelegt hat. Es gibt keinen Südtiroler, der die Demokratie kennt, in einer Demokratie aufgewachsen ist und wo die Volkspartei nicht die Regierung gestellt hat. Und ich glaube, dass es höchste Zeit ist, das zu ändern. Und welche Partei dann am Ende auch in eine Koalition eintritt, wer auch immer das sein mag, die muss unbedingt schauen, sich Schlüsselressorts zu holen. Also entweder das Soziale oder die Landwirtschaft oder den Wohnbau. Denn ohne ein Schlüsselressort wird man abgespeist, von mir aus mit der Digitalisierung, so wie es manchmal mit den italienischen Beiwagele-Fahrern gemacht wird. Und am Ende ändert sich nichts. Und ich glaube, Südtirols Politik muss sich ändern. Es würde der Volkspartei guttun. Es würde sie wieder erden und vielleicht auch zu den Wurzeln zurückbringen. Aber vor allem auch würde es der Opposition guttun, endlich auch Verantwortung zu übernehmen in diesem Land. Welches Ressort würde Sie interessieren, die Landwirtschaft? Nein, mich würde das Soziale in erster Linie interessieren, weil ich glaube, dass wir dort die größten Baustellen haben. Für Sie waren es ja auch die ersten fünf Jahre im Landtag. Haben Sie sich die Zeit so vorgestellt, die Arbeit im Landtag? Ich habe sie mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe sie mir vor allem professioneller vorgestellt. Ich komme ja aus der Privatwirtschaft. Ich weiß, dass heutzutage jede Krankenpflegerin und jeder Handwerker ganz professionell arbeiten muss. Mir kommt das nicht vor, dass wir im Südtiroler Landtag so professionell arbeiten. Denn eigentlich sollten wir ja die Städte sein, wo die Gesetze erarbeitet werden. Wir sind das Landesparlament. Bei uns sollte das zum Beispiel das künftige Energiegesetz, müsste in unserem Landtag erarbeitet mit den verschiedenen Gutachten ausgearbeitet werden und dann ins Plenum kommen. Und dabei ist es völlig umgekehrt. Bei uns haben sich die Vorzeichen ja komplett verändert. Ich glaube, das ist auch so ein Ergebnis dieser ewigen SVP-Regierung. Die Gesetze macht zu 99 Prozent die Landesregierung, arbeitet sie mit Rechtsgutachten aus und schickt sie in den Landtag in die Aula nur mehr so zum Abnicken. Und das kann es nicht sein. Die Bauern im Landtag arbeiten ja parteiübergreifend ein bisschen zusammen. Es gibt diesen losen Zusammenschluss der Amici di Merenda, wie sie teilweise genannt werden. Da gehören auch Sie dazu mit den SVP-Bauern. Wie kommt das bei den Freiheitlichen an, diese Nähe zu den SVP-Bauern? Also da muss ich schon gleich einmal sagen, dass ich im Landtag wirklich bekannt bin dafür, dass ich zu allen gute Kontakte pflege. Ich kann mit der Brigitte Fopper ein Hetz machen und ich kann auch mit einem Franz Locher miteinander einen Radler trinken. Da haben wir überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass wir da auch wieder hin müssen, dass Politik bei allen Unterschieden, die wir haben, bei allen unterschiedlichen Ansichten, die wir haben, dass wir da uns auch austauschen und auch menschlich irgendwo immer noch gut verstehen und nicht diese völlige Konfrontation. Die haben wir ja schon zwischen Kompatsche und Wiedemann zur Genüge. Ich glaube, es tut schon gut, wenn sich der Rest im Landtag auch menschlich halbwegs normal versteht. Gut, Herr Leiterreber, wir schließen unser Interview mit einem Wordfab. Ich sage kurze Fragen und brauche kurze Antworten. Mein größter politischer Fehler bisher war? Zu naiv gewesen zu sein. Meine Partei erreicht bei den kommenden Wahlen wie viele Mandate? Mehr als jetzt. Noch viel lieber als Landtagsabgeordneter wäre ich? Hier am Fineilhof in der Sommerfrische. Mit dieser Partei käme eine Koalition für mich nicht in Frage? Das kann ich nicht beantworten, weil das hängt von den Inhalten ab. Und ich wäre ein super Landesrat für? Für Soziales, für Wohnbau, für Raumordnung oder auch für Landwirtschaft. Also die zwei, drei Bereiche würden mich interessieren.